Ich bin der Mahir, bin 43 Jahre alt, ich spiele die Rolle Kenan, habe zwei Kinder, Elif und Mesut. Grüßt euch, ich heiße Umut Parmak, bin 21 Jahre alt, ich spiele die Rolle Mesut und ja, bin so ein Kölscher-Jungen. Pasta, Casual, Dusche, Ordnung, Familie, Lacktschlaf. Netflix-Entschle, oder Nightstand. Hart, süß, Instagram, Brunette, Geld, ähm, keine Ahnung, kommt drauf an. Nein, nein, was war die Frage? Das zweite.